Ganz herzlich begrüße ich euch zu unserem Abendgebet aus Maria Laach. Hoffentlich, ja hoffentlich macht uns die Schöpfung, macht uns der Zustand der Natur, der ganzen Welt allen große Sorgen. Denn wir alle können ja dazu beitragen, dass es besser wird, auch im ganz Kleinen. Wir brauchen nicht nur auf die Großen da oben, die Industrienationen zu schauen. Was kann ich tun, damit es der Schöpfung ein bisschen besser geht? Zwar wissen wir, dass alles einmal zu Ende ist und dass noch nichts auf dieser Welt fertig ist, daher gilt das Wort des Paulus, denn auch sie, die Schöpfung, soll von der Knechtschaft der Vergänglichkeit befreit werden zur Freiheit und Herrlichkeit der Kinder Gottes. Doch dort, wo ich, dort wo wir die Schöpfung knechten, da können wir sie ein Stück weit befreien, indem wir sie aus der Knechtschaft unserer Zwänge, unserer Bedürfnisse befreien, um ein Stück weit hinter uns zurückzutreten und dadurch der Schöpfung Freiheit und Leben zu ermöglichen, damit auch die, die nach uns kommen, etwas von dieser Schöpfung haben. Lasst uns diesen Tag mit einem Gebet beschließen. Herr, du hast uns die Schöpfung überlassen, nicht damit wir sie knechten, sondern damit wir sie benutzen, damit wir aus ihr leben und in ihr leben, so dass auch nach uns noch Menschen in dieser Schöpfung leben können, damit alles, was ist, in deine Herrlichkeit eingehen kann. Ich wünsche euch einen schönen Abend und eine gute Nacht. Ich wünsche euch einen schönen Abend und ein schönen Abend.